So schön lebt es sich im Untergeschoss. Hell und voller Wohlgefühl. Dank innovativer Tageslichtlösungen der Heliobus AG, kann das Untergeschoss als vollwertiger Wohn- und Arbeitsraum genutzt werden. Das Resultat lässt sich sehen. Helle Räume mit Blick zum Himmel und ins Grüne. Die begehbaren Oberlichter setzen architektonische Akzente und Lichtblicke. Die Spiegelschächte ermöglichen den Blickkontakt nach draußen, ohne den Blick zu heben. Die Produkte ergänzen sich gegenseitig für eine maximale Ausleuchtung des Raumes mit Tageslicht. Architekten, Planer und Bauherrschaften finden in Heliobus eine kompetente und erfahrene Partnerin für eine erfolgreiche Tageslichtversorgung. Untertitelung des ZDF, 2020 verschwünden furcht furcht